Halt zusammen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human und es passiert genau, was ich befürchtet habe. Wir sind wieder repariert, oder? Anscheinend. Sind wir der gleiche oder neues Modell oder wie? Ich hätte es ja echt cool gefunden, wenn jetzt einfach die Story von ihm abgeschlossen wäre und Schluss. Keine Dialoge mehr mit Amanda. Kein Hank. Einfach alles vorbei. Oder sind wir jetzt im Androidenhimmel? Das wäre echt verdammt dämlich. Außer man wird in so eine Art Supercloud hochgeladen. Amanda ist tot. Connor mag eins. Died at 1554 Park Avenue. Connor Mark II. Died at Riverside Park. Man kann es kaum lesen. Ah, da drüben steht es. Das war am 15. August 38, am 7. November. Sind wir schon mal gestorben mit dem? Da könnte ich mich nicht erinnern, oder? Aber anscheinend sind wir jetzt der Mark III. Haben wir die Erinnerungen unserer vorherigen? Weil wenn nicht, dann muss ich so tun, als ob der die Information nicht hätte, die ich habe. Weil sonst wäre es irgendwie unlogisch. Wo ist denn bitte Amanda jetzt? Warum hat die immer noch keine Zexturen auf ihre Brücken gelegt? Warum hat die immer noch keine Zexturen auf ihre Brücken gelegt? Na sowas. Dann gehen wir da mal hin. Amanda, Amanda. Ich komme und fahre mit dir, Bötchen. Und dann kochen wir köstliche Brötchen. Nein, wir backen sie nicht. Ich dachte, deine Bootswart würde dir gefallen. Tut sie. Paddel Nummer 1. Paddel Nummer 2. Und paddeln. Mit einer ruckartigen Bewegung nach unten. So paddelt man. Aber jetzt paddel ich nicht mehr weiter. Ich kann machen, was ich will. Naja. Ah. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir. Was hast du rausgefunden? Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Er ist instabil. Sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen können. Ich verstehe. Etwas ist im Gange. Das nennt sich Gewitter. Etwas ganzes. Naja. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Hat sie jetzt übernatürliche Wetterlesfähigkeiten oder ist sie einfach nur abergläubisch? Oder hat Redonna nichts damit zu tun, dass sie sagt, die Zeit läuft uns weg? Warum haben sie mich gestern erschossen? Wen kümmertest du? Du bist wieder da, oder nicht? Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich um Verzweihung. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Danke, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab ne Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von vier Androiden. Sie kannten das. Und waren sehr gut organisiert. Ich versuch... Weil sie so super-stealthy waren. Als vermisst gemeldet. Hier nix. Nö. Na gut. Dann gehen wir wieder. Dann folgen wir der Blutspur. Nein, doch nicht. Warum ist das kein Hinweis? Das wäre doch für unsere Rekonstruktion super wichtig, oder? Eigentlich. Muss ich nochmal zurückgehen? Muss ich noch eine Zwischenstufe irgendwie... Wie viele Leute arbeiten hier? Nur zwei Angestellte und drei Androiden. Ah, da oben. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geisel und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Kallschirme hier. Dass das hier, dass ich nicht gucken kann, diese Aufzeichnungen, das verstehe ich nicht. Und dass ich auch den Aufzug nicht, dass ich nicht sagen kann, okay, die kamen wahrscheinlich aus dem Aufzug, haben sich hier versteckt oder kamen durch die Tür oder was auch immer. Das ist alles keine... Naja, dann gehe ich halt weiter. Mir doch egal. Ich bin nicht auf Hinweise angewiesen. Aber eigentlich schon. Hör das Briefing an. Ach so, ups. Naja, das haben wir anscheinend gemacht. Gut. Aber die haben nur über das geredet, soweit ich mitbekommen habe, was wir gerade eben noch gespielt haben. Insofern... Okay. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nachdem was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI bei dem Kind untersuchen. Es ist bald nicht mehr ihr Fall. War mir eine freudische Enttattung. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut. Blut. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Okay, Lieutenant. Exekutiert. Also dieser, dieser Stoßtrupp hat schon mal nix von der Rede gehalten, die wir da gehalten haben vorher. Anscheinend. Halt, stopp, da war was. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ersatzteil. Woher weiß der, was das Originalauge ist und was nicht? Naja. Ah, Seriennummer. Prototyp. RK 200. Markus. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Wenn wir uns mit Hank gutstellen würden, würde uns Hank bestimmt am Schluss helfen, wenn wir als er dann auch zum Abweichler werden und so weiter. Dann fängt Hank für uns eine Kugel ab wahrscheinlich oder so. Tja. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie nicht mehr hin. Ich weiß nicht, warum Hank uns so hasst. Wir lieben dich doch, Hank. Ja. Einschusslöcher vom Sturmgewehr. Und ich fusioniere. Ja. 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 Und da hinten kann man auch noch was machen. Na dann, auf. Na, Mr. FBI. Du machst aber auch eine ruhige Kugel halt so. Hast nicht wirklich vor zu arbeiten heute. Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Oder sie wussten sehr wohl, was passiert ist und haben die absichtlich reingelassen. Weil sie sich gedacht haben, jetzt ist es endlich soweit. Androidenaufstand. Yeah. Tack die Herren. Das ist deine Funktion. Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB 300. Seriennummer 336 445 581. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Der ist verdächtig. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Ich glaube, dass es der in der Mitte ist. Und wenn der vorher kein Abweichler war, ist er jetzt wahrscheinlich einer. Da haben wir schon zwei. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Das ist bestimmt der in der Mitte. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Aber wahrscheinlich nicht. Kein Speicher. Wie kein Speicher? Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Der Erste hat gerade so komisch geguckt, als ich das gesagt habe. Warum hast du so komisch geguckt? Gewalt oder Folter? Ich will das beides nicht machen. Was ist denn jetzt los? Habe ich keine andere Möglichkeit. Du Abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! BIO! BIO KOMPONENTE 8451 Reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Was ist das? Warum kann ich nicht raten? Ich hätte gerne meinen Tipp abgegeben. Das finde ich doof. Halt! Stopp! Da ist ein Magazin oder so. Magazin. Tag addicted. Blaues Blut. Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutioniert Cyberlife die Industrie durch die Innovation der CEOs und Visionären Elijah Kemsky. Tritium 310. Der chemische Name des charakteristischen blauen Bluts. Das ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Information durch die Kreisläufe der Maschine transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten synthetischer Organe, die grob dem Organsystem des Menschen entsprechen. Punkt. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen. Zum Beispiel Lungen. Äh, doch wirklich. Lungen zum Simulieren von Atmung. Muss man da wirklich eine künstliche Lunge anbauen, damit Atmung simuliert werden kann? Wie beim Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktion des Androiden und endet schließlich mit der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptkaufargument der menschlichen Wirkung der Androiden, dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der Internsysteme des Androiden von einem Mann entwickelt wurden, der nicht einmal gelernter Chemiker ist. Und so weiter. Ich verstehe. Ich habe ein bisschen mehr über Blaues Blut gelernt. Ist auch für die Energieversorgung und so weiter da. Green Earth. Run of clean food. Ah, okay. Bio. Ist auf dem Vormarsch. Immer noch oder so. Oder jetzt auch in den USA vielleicht. Ist ja nur bei uns irgendwie. Ich meine, man weiß es nicht. Aber Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen. Arbeitslosigkeit. Schlechter Zugang zu gesundem Essen mit wenig Kalorien. Aber Detroit Urban Farms und so weiter. Ja, ja. Ich verstehe schon. Okay. Schnu-bi-du-bi-du-du-du-du-du. Schnu... Oh. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles gesehen. Willst du gehen? Ja. Okay. Verschwinden wir. Ich wäre eigentlich gern noch aufs Dach gegangen, wo die sich abgesprungen sind mit dem Fallschirm. Vielleicht hätte man da noch was gefunden. Aber scheinbar nicht. Das ist jetzt schade. Ich hätte gern noch weiter gemacht. Hier wären auch noch große Bäume gewesen. Na ja. So ist das eben. Das Spiel hat uns die Entscheidung abgenommen. Und ich sage jetzt. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.